Oh, sorry, grausam. Aber das gehört dazu. Es ist wunderschön, dass wir die erste Saison mit dem Double beenden konnten. Es war ein schwieriger Match. Wir haben 120 Minuten gekämpft. Die Benalti-Schuße sind noch so souverän versenkt. Ich glaube, das ist auch das Resultat von einer super Arbeit in diesem Jahr. Wir sind konditionell super Zweige und haben das Double geholt. Was geht's Geiles? Sie hören immer mehr zu dem Mann, der Psychospiele macht. Heute war es so offensichtlich. Das liegt ihnen offen. Es bleibt ja nichts anderes übrig in so einer Situation. Man will ja den Match gewinnen und den Pokal holen. Das ist uns jetzt sehr gut gelungen. Ein riesiges Kompliment. Wir haben richtig geile Mannschaft. Es ist gelungen und den Pokal wahr. Wir lassen sie springen. Jansommer, der Zauberer zwischen den Pfosten, entschärft hier den letzten Penalty des FC Luzern und hilft damit mit. Seinen FC Basel zum Köpfsieger zu machen.